Wir zeigen euch hier das ClubLine 12er Back. Bei dem ClubLine 12er Back haben wir vorne ein separates Außenfach mit einem Reißverschluss versehen. Wir haben in der Mitte drei große Fächer, die mit einem Reißverschluss jeweils von oben oder unten zu öffnen oder zum schließen sind. Wir haben das Trägersystem. Die Träger können abgemacht werden. Man kann es also von beiden Seiten als Rucksack problemlos verwenden. Es gibt drei Farbkombinationen. Eine schwarz-gelb, eine silber mit blau und eine silber mit rot. ClubLine 12er Back von Barbola. Jetzt günstig bestellen auf tennispoint.de